Ich würde mich sehr freuen, die jungen Leute. Und hier sind es auch die Ersten, die eine Familie gegründet haben. Sie haben schon zwei Kinder, dadurch bin ich jetzt schon Großvater. Ich glaube, ich bin ein Großvater. Und ich muss noch dazu sagen, mein Enkelsohn, der heißt Valentin, der nennt mich Lala. Wenn ich mal Lala mache, bin ich der Opa, oder sonst bin ich der Opa Prey, ich bin der Lala. Es war immer wieder von Figaro die Rede, von Figaro in Barbier von Sevilla und von Figaro in Notsatz gleichnamiger Oper. Es gab einmal eine Woche, in der Hermann Prey beide Partien gesungen hat an der Wiener Staatsoper und beim Opernball noch die Arie aus Barbier von Sevilla. Und wir wollten Ihnen dieses Vergnügen nicht vorteilen. Und jetzt singst du, it's the flying, singst du. Und jetzt singst du, tra-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Okay, good. Largo, hat du hundern, de la jita. Largo. Largo. Hast du, tra-la-la-la-la. Largo, hat du hundern, de la jita. Largo, hat du, tra-la-la-la-la. Oh, che meil livre! Che meil piacere, che meil piacere! Per miar, fire. Di qualitat. Di qualitat. Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 A little bit more pride Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 A little bit more pride Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 A little bit more pride Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 A little bit more pride Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 A little bit more pride